Oh, ich bin ohne HP, ich bin ohne HP. Dude, what the fuck? Zwei Mitte. Niemand C, niemand C. Ich hab den Zweig, ich fände den Zweig auf 10. Oh mein Gott, ich hab sie... Oh mein Gott! Hey Leute und willkommen zu einer Folge von Valorant! Zusammen mit Papa Platte, Nebini, Crymax und Durumatra. Die Macher von League of Legends haben ein CSGO-ähnliches Spiel rausgebracht, das heißt jetzt Valorant und das haben wir gestern gespielt on-stream und ich dachte mir, ich lade dazu mal eine coole Runde hoch. Und ja, viel Spaß mit dem Video und lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr das Spiel findet. Und morgen oder so kommt vielleicht noch eine Runde, wo wir gegen gute Spieler gespielt haben. Ich weiß nicht, wie das Video zuerst kommt. Deswegen, viel Spaß mit dem Video! Was noch? Oh, 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 let's go! Oh mein Gott, das ist aufgelegt. Oh, ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab geile mehr vom Anfang. Ja, jetzt mal eine ganz neue. Okay, ich würde ganz gerne wieder den ganz Linken nehmen. Ich will nicht, ich will nicht so was spielen. Lass mir irgendwen an, dass ich will nicht. Okay, dann schaue ich so was. Ja, ich spiele so was. Wer ist die Gegner? Arunel, Stammer, Wutzlaas, Einsorid. Die haben Tryhardtnamen. Die haben Tryhardtnamen. Tryhardtnamen, ja. Ich meine, Tryhardtnamen. Okay, Jungs, wie geht Pro-A? Der Wolters hat sich hier entschieden, dass er Pro geht. Ich gehe, ähm, äh, Shorty, Mitte, mache ich. Okay, aber kommen dann auch A-Tramix, ja? Ich komme über die Mitte zu A. Okay, wer hat die Bombe holen, bitte? Ich habe eine Bombe holen, ich will Bombe. Okay. Ich pushe direkt vorne, ne, ein bisschen. Ich hoffe, in der ersten Runde auch immer ein Schild schon. Ja, ein leichtes Schild. Ja, ein billiges Schild. Ops, sorry. Ich smoke direkt einmal. Ich habe so Bock, ne? Ich habe so Bock, ne? Warum? Fuck, habt ihr auch so Bock, oder was? Ja. Hier links, links, links. Links ist... Ja, ich pushe ein bisschen weiter vor hier durch. Was sind diese, ist das Mean? Was ist das? Aha. Hab einen. Schön. No way, dass ich so einen Flick gegeben habe, der war ja insane. Die rotaten da alle. Ich gehe rein, ich gehe rein. Schön, Carl, und bitte Bombeling. Lass das Band, lass das Band. Oben, 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 oben. Oben habe ich. Oben, Pink. Makellos. Makellos. Ah, schlau. Digger, Mannin. Alter, Thresh, dolly. Thresh, dolly. Oh, der Lobby, in Thresh, digga. Wahnsinn. Holy shit. Alle geistes, ich habe rein, ich glaube, ich lieb's. Wo ist er links? Weil ich heil mich, nicht hier hinkommen. Ist nice. Da steht noch einer links. Hier, da noch einer. Noch einer links, sicher. Noch einen. Vom Spawners habe ich jemanden geholt. Einer war mir Spawners. Ey, ich platziere, ich platziere, ich platziere. Ja, komm, ja. Wo bist du? Komm, bist du dir? Platziert. Wer will denn hier? Du da hinten? Romatra hier. Romatra wurde geheilt. Danke. Ja, nice. Drei Sekunden musst du warten. Romatra war irgendwie, Gabe, der war richtig damage passiert. Hier ist er, tot. Okay. Oh, einer noch. Wo ist er, wo ist er? Hä, wo denn? Was er? Ganz hin, ganz hin, C lang, C lang. Oh, jungs, easy. Ich hab schon meine Ult, ich hab meine Ult. Ich hab meine Ult. Ich hab meine Ult. Ich hab die Judge richtig geil. Er komplett die Ult, jetzt schon? Kurze Frage, kriegt man die Ult, wenn man Kills macht? Wenn man Kills macht, wenn man Spike platziert, wenn man den Orb sammelt und so weiter. Wo wollt ihr langgehen? Wo wollt ihr langgehen? Äh, Mitte B, ich Ult und gehe rein. Romatra kommt mit C, das ist meine Ult. Warte, warte. Das ist meine Mitte zu C. Ich geh immer Mitte mit Shotgun, ich fuck die so ab. Okay, ich mach E, warte, ich mach meine... Oh! Ich geh rein, ich geh rein, pass auf. Max. Das ist meine Route, die ist toll, die Route. Hab ich einen in der Mitte geholt? C? Ist jemand C drauf? Wieso schaust du immer auf dem Boden, wenn du um die Ecken schaust? Max, das wirst du dir abgewöhnt. Bei mir, bei mir? Wo macht man das? Oh mein Gott, Maxi Gott. Deutscher Gott. Digga, das ist total. Wir werden so hartgenommen, weil wir jetzt warm sind. Oh, wir haben schon Jungs, oha! Good job. Was haben wir? Wir haben die Runde schon, das wusste ich nicht. Ja, easy. Ja, weil wir jetzt warm sind. Ja, weil wir jetzt warm sind. Ja, weil wir jetzt warm sind das erst. Ja, weil wir jetzt warm sind das erst. Wir haben hier gegen Counter-Strike E-Sportler gespielt. Wieso machen wir das? Bro, Enemy Team so trash. Ja, true. Gibt's einen Chat, Alter? Gibt's einen Chat? So bad, so bad. Oh, trash! So bad! Trash-Talken, alter. Pusch direkt vorne, ne? Oh, mal drauf. Direkt in die Mitte. Wir gehen über A, ne? Oh, danke, dass du im Weg standest. Jetzt, jetzt, jetzt. Pusch mal hier hoch, ne? Oh, das ist da hoch. Oh, der ist da hoch. Oh, der ist da hoch. Der ist oben ab und die hat wieder witt. Die ist einfach durchgeflogen, hat's Maul. Ab ihn oben, hab ihn ab. Oben ist tot. Oben ist tot. Oben noch, unten noch. Die werden komplett gestorpt von uns, alter. Da wir kill. Die treffen mich noch nicht mal. Die tun mir richtig leid, alter. Flexing Felix, alter. Okay, da ist. Ah, das ist ne Smoke. Erst bei uns im Swan Ding. Egal, ist tot. Alter. Scheiße. Flaschein. Ja? Ich bin tot an der Mitte. Ein HP in der Mitte. Er hat sich hingeholfen. Sprich vor, okay. Guckt hinterher. Die rotieren schon? Die rotieren, ich bin auf A. Ich bin tot, ich bin tot. Was? Ein Gegner übrig. Ich weiß nicht, wie meine ersten Schüsse nicht auf seinem Kopf drauf waren. So easy. Oh, du hast da Waffenskin, guck mal meinen Waffenskin an. Kann ich den Spike an jemanden von euch abgeben? Hör euch mal. Krass. Ich bin die Sniper, ich bin nicht der Spike. Oh, zeig mal, mach's. Na ja, der ist bisschen hässlich, aber immer besser als ich. Ich bin den Dope, ich bin den Dope. Hast du Sniper? Ich bin die Sniper, ich bin nicht die Spike. Oh, das Messer hab ich gemacht? Okay. Shoutout an Trimax. Deutsch lernen mit Bubble, by the way. Was, was, was? Ich bin nicht die Sniper. Ich bin die Spike. Ich bin die Spike. Oh, der ist mit dem weißen Hahn, der ist gut. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Der ist gut. Niemand ist B. Werde die... Ah, Spike ist down. Der müsste hier die Bombe abkampen. Oh, hinterher, der ist C, der ist C, der ist auf C-Spot. Okay, dann Bombe holen. Oh, verwenden wir das zu Null gewinnen? Oh, ich will nicht trinken. Oh, ne macht das mal. Sehr, sehr schnell. aber ich glaube diesen ich glaube es war nur einer hier auf der seite und der schrumpflinte ich war komplett auf den kopf drauf ich habe eine runde ich versuche mit sniper ich habe so viel geld habe ich die falsche sniper gekauft ja ja ich kann auch kaufen die untere muss kaufen ja ja ich habe die falsche gekauft die richtigen die unterrissen ist die 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 richtig alles die gute dass sie gute die teure hat ja ja rechts mittel können wieder viele seien okay die waffe ist irgendwie gespielt habe ich denke wir beiden nennen scheiß drauf was er hat sich gerade bewegt ich bin hier ich bin hier hoch okay das verstehe ich in ecke bei uns wo ist der letzte der war zählen ich bin monisch wie ich bin wort auch fort zwei mitte niemand zählen ich habe den zwei ich bin ich bin negativ ich bin negativ nichts gesehen ich habe heute das gedrückt damit sie kommen gleich welche ich mache abgestoßen guter trick jetzt kann ich nicht sehen perfekt danke oder was oder wo ich meine minimap ist komplett weg irgendwie jetzt ja meine auch meine auch das ist vielleicht die ultimate von der einen das kann sein was das sauer und fair wir gehen hoch fantastisch gehen einer noch einer noch er ist aber bock nicht und links bei dir links ja ja ich weiß dass ich einfach auf zeit es ist er kommt bei mir glaube ich weil der kann ja gar nicht die waffe warum keine ahnung wo ist der chat ich kann dann alle was sagen ich habe gar nichts ich kann nicht schreiben oder was das kein geld wo ist meine karte ich verstehe es nicht ich verstehe es auch nicht maxi hast du bitte gesehen dass die krass du nicht getroffen hast ja habe ich ich war komplett drauf hat nichts getroffen hatte ich auch schon das ist ganz komisch ich gehe hier ich gehe hier durch max aber jetzt mal habt ihr die karte gerade oder habt ihr keine karte ich habe keine karte gerade die kommt gleich wenn die runde los geht jetzt ist nein ich habe eben bei mir auch nicht jetzt habe ich sie wieder okay ich musste einstücken bei mir kommen sie glaube ich bei mir ist er tot bei mir ruhe links jetzt bei einer ich komme von hinten die waffe ergibt so keinen sinn pushen 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 das week ja gg oh mein jungs markenlos erste runde erster sieg ne so einfach easy clip ok leute das war's mit dem video wenn ihr noch mehr valorant sehen wollt lasst einen daumen nach oben da und ja ja ihr wisst die ganzen sachen leute wo ich nicht hundert mehr erwähnen oder bis zum nächsten video bye bye bye